Zurück ihr kleinen Lobbys, bei mir Lobbios LP mit drei besonderen Gästen und zwar der Anne, dem Maru und den MacManus Dino. Hi Leute, das ist mir eine Ehre. Magic Time, Magic Time. Oh Gott. Ich habe gerade noch in der Sekunde, wo wir die Aufnahme so panisch bändet haben, das Weizen, was ich zum Tierelocken verwenden wollte, an die Kuh verfüttert. Das war ein bisschen doof, weil ich habe nicht so viel Weizen. Das wächst so lahm. Weizen kann ich dir vier Stück geben. Holy fucking shit. Was passiert? Das kann ich mal durchlesen. Ich glaube, wenn ich jetzt ein gewisses Struktur baue, könnte ich diesen Zauber noch upgraden, dass er AOE bekommt und so einen Spaß. Ähm, ja. Guck mal, Anne. Was? Guck mal. Haha, sehr gut. Hast du Hühner gesehen auf deinem Weg hierher? Äh, überall sind Hühner irgendwo. Wenn du in Richtung, ähm, warte, guckst du, guckst, wo bist du? Ich brauche Federn. Ich brauche Federn. Ja genau, äh, wo bist du, wo bist du gerade? Ich zeigte in welche Richtung du rein musst. Ich bin noch auf dem Weg hier, warte. Da ist ein Element Mana Creeper. Die, äh, absorbieren dein Mana, wenn sie explodieren. Ja, tut er gerade. Der leuchtet gerade. In die Richtung. In die Kugel. In diese Richtung? In dem, wo ich gucke, genau. Der in die Richtung ist so ein komischer, bunter Wald. Da sind unendlich viele Tiere drin. Gühner auch. Ja, aber sie sollten nicht so weit weg sein. Das ist so anstrengend, die so lange zu locken. Jo, da ist ein Huhn. Oh ja. Bitte, bitte ist doch nicht gleich. Das ist doch viel sinnvoller, die zu züchten dann. Aber ich habe keine Samen. Ich brauche auch eine Feder. Ja, dann schlachte das Huhn halt. Da ist noch ein Huhn. Ich suche hier mühevoll. Du bist 14 plus 21, 35, ne? Ich habe viel Skilpunkt. War ja klar, dass jetzt jemand schon von meiner magischen Quelle hier die, die, äh, Kristalle geklaut hat. Finde ich ganz schön scheiße. Ich habe meine Rege nachzudenken. Du möchtest doch zwei Hühner oder so, ne? Ja. Ähm, hier hinten beim Spawn, ähm, ja beim Spawn. Ist das der Spawn? Da am Anfang von unserer Stadt? Ja, genau, dahinter. Dahinter im Wald. Da laufen Tiere rum. Sehr gut, da hole ich mir die jetzt. Also da habe ich eben noch einen Huhn gesehen. Ja, dann können wir auch bald losgehen. Ich brauche nämlich nicht, dass ihr denkt, ich mache schon wieder Quatsch hier. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Federn, so wie so viele. Binding, Disar, Nightwishen, Spurside, Luna, Unsichtbarkeit, Teleport, Blinzeln. Oh. Oh. So. Für die Chinese, Anziehung, Rift, Charme, Binding, Disar. Leute? Äh, wie viel Blöcke hat so ein Chunk? 16, ne? Oder? Great Water. Banish Wain unter Wasser atmen. Wo ist denn heilen? Es ist soweit. Es wird Zeit zu fliegen, würde ich mal sagen. Let's do it. Regeneration. Heal. Ah, hier muss ich langsam Heal. Alles nur safe. Hühner, wo seid ihr? Ja, also ich hätte dir jetzt mal Lobby, ne? So, ich habe mein erster Jill und jetzt wollen wir mal gucken, wie es hier rund geht. Ja. Ich kann fliegen. Kannst du das echt fliegen? Oh, was bist du denn? Das sieht ja witzig aus. Das nehme ich mal mit. Während man hier nach Hühnchen sucht, kann man ganz schön viele Sachen noch entdecken. Oh. Ach, mit meinem Handy. Oh, Hühnchen. Nein, tu es nicht. Spring nicht runter. Ich werde dich retten. Warte. Ja, okay. Das war schlau von mir. Ich meinte eigentlich das Huhn und nicht dich, Bobby. Du bist so clever. Ich dachte, du kannst fliegen. Ja, ich kann fliegen, aber kann ich landen. Kann ich landen. Ich hätte besser landen sollen. Ich hätte nach unten gucken müssen. Oh, Mann. Hühnchen. Nein. Es sind nur drei Level übrig geblieben übrigens. Nur der Rest ist weg. Es sind nur drei Level übrig geblieben, ja. Wovon denn? Von 23 Leveln sind nur drei übrig geblieben. Das ist natürlich bitter. Oh ja, das ist sehr bitter. Oh, das ist ja geil. Brauche ich gar keine Achsen mehr hier. Komm schon, Hühnchen. Komm. Komm, Hühnchen. Aber gut zu wissen, damit wurde mir bewiesen, dass ich meine ganzen Sachen verliere. Wenn ich runterfalle. Also wenn ich sterbe, hat jeder meine Sachen. Hühnchen. Sehr gut, Hühnchen. Zwei Hühnchen habe ich jetzt. Perfekt. Aber mein Spell kann man auch droppen. Das ist natürlich nicht gut, dass man mein Spell droppen kann. Hast du irgendwas eingesammelt zufällig? Äh, maximal eine Achse und eine Spitzhocke. Eine Achse habe ich plötzlich eingesammelt. Sonst liegt hier aber nichts mehr, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Äh, nö. Also hier habe ich noch 27 Steaks. Hebe, Oakwood. Und hier liegt noch eine Achse hier hinten in meiner Kiste. Hier würde es sich richtig lohnen, so eine klassische Hühnerfarm zu bauen, für dieses Minecraft-Mod-Pack. Oh, noch mehr Hühner. Kommt her. Kommt her. Okay, ich habe mich schon wieder verletzt. Ich muss jetzt erst mal kurz klarkommen mit dem Ding. Ey, komm mal klar aufs Hühne, ey. Level up. Jetzt will ich heilen lernen. Ein mächtiger Heiler. Hä? Lass mal kämpfen, bevor du heilen lernst. Bei mir ist jetzt die Frage, wie lande ich? Warum? Wir machen mal einen Teamkampf. Ich heile. Ich muss ja heilen lernen, damit ich dem Blattmagic-Typen helfen kann. Ja, wie ist das aber? Achso, du willst herausfordern quasi. Nein, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt trainieren möchtest einfach nur, kann ich ihn die ganze Zeit heilen. Und mich dabei auch hochhecken, äh, hochspecken. Achso, ja. Muss ich erst mal jetzt ein Buch machen. Das heißt, ich brauche ja, hast du noch Tinte zufällig, Lobby? Tinte? Tinte, glaube ich, genug Tinte. Oh, schwarze Farbe reicht. Ne, du hast mir schwarze Farbe gegeben gehabt, glaube ich, ne? Ein bisschen mehr noch. Mal kurz gucken. Ich habe eine schwarze Farbe gehabt, was. Damit kann ich aber auch sprinten. Jetzt brauche ich eine Feder, scheiße. Bald haben wir Federn, Leute. Ohne Ende. So, hier kommen die Monster dann runter. Da haben wir ja geklatscht, ey. Du Wanderer, du hast was Falsches. Die haben aber zufällig immer noch keiner gekonnt. Nein, aber wenn ich einen finde, denke ich gleich an dich, Manus. Ja, bitte, bitte sofort duplizieren. So oft wie es geht. Ja. So, jetzt kann ich mit euch meinen gehen. Mal in der Minecraft halten. Bisschen Zeit habe ich ja noch zu meinen. Weißt du, ob die hier sogar noch seltener sind? Ja. Jetzt ist halt bei mir die Frage, wie lande ich mit dem Airsagil? Ich habe gedacht, wenn ich auf den Boden gucke, lande ich damit. Also nehme ich keinen Schaden. Machst du aber. Oder was? Ja. Das ist das Problem. Falsch gedacht. Das ist ja mein Problem. Ein Hühnchen muss ein bisschen hinterher. Komm her. Okay, nicht erbauen. Okay. Ich kann nur bis Eis abbauen mit der jetzigen Stufe. Oh ja, das sieht richtig aus, Leute. Wir sind gleich da, Leute. Keine Angst. Da gibt es auch Futter dann. Und ich was? Und ich flieg, flieg, flieg immer höher. Der Grubenlob ist. Ich will aus einer Grube fliegen. So. Oh, Hühnchen. Guck mal schön hier hoch. Was für Hühnchen? Ich habe eine Feder. Eine Feder habe ich auch. Die Feder. Mich hier hinlernen kann. Also ist das gar nicht so schwierig, das AS Magic. Das ist das Schwierigste, weil dieser komische Altar. Bin da bauen oder was? Ja, wie siehst du? Ich habe vier Folgen gebraucht, ihn zu bauen. Das ist doch bekloppt. Das sind vier Folgen gebraucht. Ja. Aber theoretisch kann ich doch mit den Materialien, die ich jetzt habe, kann ich mir doch an deinem Altar auch Zeugkräften. Absolut, absolut korrekt. Ich kann dir einfach mein Buch einlegen. Du musst da einfach ein paar Sachen einschmeißen. Dann kannst du auch anfangen zu specken. Oh, dann komme ich jetzt hoch. Dann breche ich jetzt hier kurz ab. Oder mich voll. Und dann kann ich erst mal... Moment, ich hier auch kurz in den Haus. Wenn du irgendwo nicht irgendwo huklern möchtest oder einen Bomber bauen möchtest, kannst du dich durchbuddeln. Komm, komm. Sehr gut. So, jetzt mal an meine Zuschauer oder an eure Zuschauer. Wie kann man mit dem Air Sigil keinen Schaden bekommen? Wenn du das zweite Blutmarkie holst, die sich im Unmarking-Fallschaden wird. Vermutlich. Oh, ich glaube auch. Oh, mein, komm jetzt schon. Ich verscheide, wenn du da bist, Tino. Sehr gut. Dann auf dem Weg. Ich budel mich derzeit ein bisschen durch die Bäume durch. Sehr gut. Also dieses eine Buch habe ich auch noch gern. Übrigens. Ich brauche ein Buch auf... Also ich brauche ein Buch, eine Feder und eine Tinte. Dann mache ich so ein Buch, wo ich... Was war das denn da jetzt, Maru? Was machst du denn? Also ich habe das Arcane-Compendium-Book. Aua. Ja, das... Irgendwas hat dir Schaden bekommen. Ja, ich bin auf den Boden... Bin so tief gefallen. Was, eine Feder und... Äh... Gut. Okay. Was war es jetzt, eine Feder und... Eine Feder, ein Buch und einen Tittensack. Daraus machst du ein Book of Quill. Ein Book of Quill. So. Das brauche ich. Das brauchst du jetzt nicht, aber ich brauche so eins. Du kannst nur eins benutzen, wir müssen nicht zwei davon bauen. Die pflanze ich auch mal lieber wieder ein. Na warte mal, ich kann dir geben auf jeden... Äh, hast du ein Buch oder sollst du eins craften? Bücher habe ich noch. Na, ich kann dir einen Tinnensack und eine Feder bringen. Ja, okay. Sehr super. Bei wie vielen Minuten sind wir gerade? Boah. Ich bin gerade bei 9 Minuten. Weil sonst würde ich einen Fahrländer suchen mit... Ähm... Mit so Schuhen. Wanderer. So, in der nächsten Aufnahmesession werde ich nochmal in den Berg gehen und versuchen, Diamanten zu finden. Ich werde auch in der nächsten Aufnahmesession mal ein Häuschenwerk gebaut haben. So, wo bist du, Maro? Äh, bei dir vom Haus. Bei mir? Oh, ich bin bei dir. Ich bin, warum sieht das gar nicht so schlecht aus? Ich habe eine Feder gesucht, Mann. Ich habe zwar noch nicht viel Magisches gemacht, aber... Ja, komm zu dir hier. Du musst mir hier loszaubern können. Wo ist eigentlich dein Dingsbums hier? Dein... Ach, da unten. Und die werden alle Fiedern und Papier und Leder brauchen und das werde ich dann haben. Danke. Cool. Warte, ich leg dir das Buch mal kurz rein. Warte. So, ich leg jetzt das Buch hier drauf. Blopp. Guckst du mal rein? Aus der 2 steht, was du brauchst. Hier aufs Buch rechts klicken. Projektiert, dick. Genau. Du bist... Ups. Du bist da, also das heißt, was du brauchst. Eine blanke Rune, das ist 6 Stone. Das ist Stone, Stone. Der Rest ist ja eindeutig. Eine orangen Rune ist einfach nur eine Rune mit orangen Farben. Boah, muss ich mir das jetzt einfach aufschreiben? Da ist ein Ender Golem. Oder kann man... Achso, jetzt habe ich aber keine Snowball, habe ich nicht. Davon habe ich noch welche. Snowball Teil habe ich. Ich habe nur keine Werkzeuge mehr. Ja, Werkzeuge kann ich mehr machen. Das Spell-Parsch-Mann ist einfach. Das schwierigste ist eigentlich nur die Rune, weil du keine Stone hast wahrscheinlich. Brauch einen Moment. Blank. Rune. Rune. Just Arrow. Arrow. Boah. Ich glaube, ich brauche einen Touch hier. Ich verbrauche richtig viel Blut. Hat jemand. Gravity. Könnte ich jemanden, der fliegen kann, so schnell man es nicht mehr fliegen kann? Was? Hat jemand von euch 6, 7, 8? Was hat jemand? 7 Leder? Hätte ich. Leder habe ich da keinen. Willst du mir das geben? Ja. Juhu. Habe ich denn überhaupt Gold? Warte mal. Aber nur weil ich da Maggie bin. Okay, ich bin Touch hier. Das nenne ich dann mal. Touch hier, wenn ich mir vor dem Buch holen. Wo bist du, Anne? Greift der Fan-Made-Enderman mich an? Der steht hier gerade in meinem Nachhinein. Ja, der ist aggressiv, der ist aggressiv. Der greift mich aber gerade gar nicht an. Ich halte mal angegriffen. Also wenn ich ihn angucke, greift er mich an. Ich höre gerade Stimmen. Pick-Axt habe ich. Shuffle, Brug-Axt habe ich. Was für geile Thronen-Sachen bauen kann. Fan-Made-Enderman? Was macht der? Nix gerade bei mir. Der steht da neben mir. Oh, nee, der Vinterium, der Vinterium, das ist das fiese. Wir haben ja keinen Vinterium-Erz mehr. Er spricht mich an. Er spricht mit dir. Ja. Er spricht mit dir. Was ist ein Aum? Lay, ein roher Fisch. Der redet mit mir. Was möchtest du? Okay, ich brauche Aum und einen rohen Fisch. Was ist Aum? Ah, Konzentration, Anne. Was wollte ich jetzt gerade? Du wolltest zu mir kommen. Ich wollte das Lieder von dir abholen, ja. Aber ich habe noch kein Gold. Und dann wollte ich mir noch... Ich brauche eine Angel. Viehproduzibel eine Angel. Aus Eisen wollte ich mir noch irgendwas machen. Ach, hier ist noch ein Schein, aber Eisen ist oben. Ähm, diesen komischen Dust-Tier-Moment. Was ist das für ein Dust? Venidium-Dust-irgendwas. Ah, habe ich sogar. Ähm, so, den habe ich auch. Sehr gut. Ähm, Arrow habe ich auch. Moment, wo habe ich einen Arrow? So, was brauchen wir jetzt? Deine? So, ich muss noch meine Gloster aufstellen. Dann ein Orange. Was soll jetzt sein, wenn wir sterben? Das muss sicher sein. Die anderen müssen kreuzen, nicht viel wert. Nipp. Brauchen nur eine Rune. Und meine Fliegen-Touch. Hast du noch Orange? Irgendjemand? Äh, ja. Ah, ich müsste noch Orange haben, ja. Komm, wenn bei Aldi bitte ich muss noch gleich weg. Du hast noch Orange, dann habe ich das auch. Und Schneeball hast du auch. Und Spell-Parchment. Du greifst mich ja doch an. Spell-Parchment ist ein Stick, ein Papier und ein Stick. Ey, die hat mir gerade zwei Enderbellen gegeben. Okay, aber alles. Komm mal. Wui. Achso, an dem ist Leder. Ja, äh, unterwegs. Sieben Mons. Sieben Stück, bitte, ja. Bote Wolle. Ein Gold, das wäre perfekt. Ja, ja. Ein Golderz noch. Ein Golderz, egal. Äh, ja, warte. Golderz. Creeper, Creeper, zwei Stück. Fuck. Renn. Was ist los? So, Maro, da bist er. Ähm, wo müsst ihr das jetzt hinschmeißen? Vorsicht hinter euch, da sind zwei Creeper. Wo müsst ihr das jetzt hinschmeißen, Maro? Ähm, warte, 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 warte. Hast du schon Orange und Rode fertig? Nein, 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 die brauche ich noch. Und Snowball brauche ich auch noch. Ja, warte, einen Schneeball habe ich hier. Warte. Das war nicht bei uns, komm, mach weiter. Ein Schneeball. Oh cool, die Creeper können nichts mehr kaputt machen, haben die das ausgestellt? Hat Dardo ausgestellt, ja, Mock Creeping. Vielleicht lass ich das ja ein bisschen nach unten noch machen. Die Rune musst du jetzt kombinieren mit den Dings. Rune hast du produziert oder hast du nachgeguckt, wenn du eine Rune machst? Maro? Äh, so eine Rune habe ich, ja. Ja, ich muss halt einmal Orangensteil zusammen machen, ja. Oh, rote Farbe. Äh, die habe ich nicht mit. Hast du noch eine Rune? Beeil dich, dann komm her, ich muss gleich weg. Los, los, los. Weil es gibt ja zwei. Geh mir Erz. Immer raus. Was brauchst du, du brauchst Golderz? Einmal den Gold habe ich. Gib Anna am besten auch gleich rot. Gib mir, darfst du an die Rune? Für Anna. Ja, machst du an die Rune. Ich habe keinen Stein dabei. Danke. Du hast doch zwei Rune bekommen. Was hab ich bekommen? Oh, Anna, nehm das runter, weil du gibst das Lobby. Du hast doch zwei Rune bekommen, zwei Steinruhen. Ja, Anna ist in der Kiste. Classic Enderman. Hier ist doch ein rotes Ding, was ist denn das Rote hier? Oh nein. Habe ich dir zugeschmissen, habe ich dir zugeschmissen gerade, damit du das Lobby mitbringst. Tino. Bin, ich komme gerade. Gib mir doch einfach mal sechs Steine oder so eine Kack-Rune jetzt. Ich habe ja keine sechs, doch sechs Steine habe ich noch. Ich habe stack weiße Steine bei mir liegen, kriegst du alle wieder. Zehnfach kriegst du die wieder. Wo ist der Kack? Nier ist der Kack. Bin denn da euch? Bin denn da euch? Ach, das ist ein richtiger Stone, ich brauche Cabblestone. Nein, du brauchst richtig Stone für die Rune. Ah, nö. Hat ja nicht so ein Quark. Komm, was brauchst du denn? Du brauchst Cabblestone, sagst du es doch. Rot? Ja, rot. Achso, ich habe das aufgezählt. Den habe ich, hier. Super. Dankeschön. Bitteschön. Cabblestone, Cabblestone, zopp, zopp. Also, Feldparschmann hast du schon gebaut? Alles fertig, alles fertig. Ich brauche gerade nur noch die Rune, das ist die letzte Rune, habe ich auch. So, und jetzt wohin damit? Gehen. So, als erstes schmeißt du die blanke Rune rein. Und dann siehst du immer hier drüber, was du brauchst, als nächstes. Lauf, mein Ei. Soll ich anmachen? Das ist nicht die blanke Rune. Lauf, Lobby. Was, eine komplett blanke Rune? Ja, eine komplett blanke Rune. Du hast gerade einen Creeper hochgegangen. Ja. Aber der macht hier nichts kaputt. Der kann auch hier liegen. Ja. Wee. Wee. Du musst es auch richtig machen, was er explodiert das Ding nämlich. Wenn das Ding rot leuchtet, musst du wegrennen. Okay, jetzt brauchst du den blauen Stau. Oh, nein. Jetzt ein Pfeil. Aua. Ach, du Kacke. Hab ich. Was denn? Was? Schneeball. Schneeball. Wieder. Jetzt die orange Rune. Du kannst sterben, Leute. Kaufe. Ach, du Kacke. Hitzsacke. Ach, du Scheiße. Die kommen nur nicht durch, Alter. Das Papier. Ja. Alter, das Spellparchment. Genau das Spell. Das scheiß Fanmate-Engement. Wow. Jetzt kannst du in den Symbol zuweisen und dann ist er fertig. Wie in den Symbol zuweisen. Na, rechtsklick nutzen, dann kannst du in den Symbol in den Namen zuweisen. Oh. Oh, aha, okay. Datteln aber viele Symbole. Das ist jetzt abbauen, ne? Das ist jetzt Fernkampf abbauen, ja. Puh, was nehme ich da für ein Symbol fürs abbauen? Aber ich verabschiede mich dann schon mal, ne? Alles klar, Maru. Eineinhalb Minuten, bis ihr auch aufhören müsst. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei mir. Bis zum nächsten Mal, Maru. Danke für den Kamp. Ja, danke, Maru. Danke für den Kamp. Maru. Bis dann, Maru. Nehme ich mal das und Ranch, Digga. Das ist doch cool. Ah, hier haben wir noch mehr. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Maru weg. Tut mir leid, Schafi. Dann könnte ich ja auch. Mann, was soll ich denn da nehmen? Das ist doch blöd fürs abbauen. Was crafte ich das noch schon mal? Boah, hier sind eindeutig zu viele Bäume im Weg. Leute. Schon wieder irgendwas explodiert. Boah. Das, äh, die Kuh läuft grad im Kreis. Wie soll der mich ja unter Wasser gehen hier? Aufm Zaun, oder was? Ne wilde Kuh gewesen. Oh. Ah, aber nicht meine, oder? Doch. Hast du sie kaputt gemacht? Nein. Hast du sie wieder reingeschopst? Kann zaubern. Da läuft grad einer. Pass auf. Ja, ja, ich weiß. Ein Looter ist das. Wer klaut dein Schwert? Darum hab ich kein Schwert mehr. Ich dachte doch, dass es mal nicht kaputt war. Warte mal, den kann ich aber kaputt machen. Klaut er mir alle Waffen, die ich hab? Wie kriegt man jetzt eigentlich dieses Mana wieder zurück? Ah, nö. Ach so, ne? Hä? Mana? Na, na, na ja, hier das blaue. Was weiß ich, ja. Hast du's noch nicht wieder? Ne, 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 ne. So, warte mal. Ich, ne, warte, ich komm auf dich zurück, wenn ich weiß, äh, was ich. Äh, wir müssen jetzt aufhören, Leute. Und zwar in fünf Sekunden. Okay, also, Leute, schaut bei den anderen vorbei. Bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal.